Ich mute mich am Anfang nochmal, aber ich sage trotzdem leise, dass nicht das, wenn ich dann reinkomme. Rentner, du Arsch. Er hat einfach Rentner gemacht. Er hat einfach eine Klasse für einen Rentner gemacht. Das finde ich jetzt irgendwie nicht cool. Hey Typ, mach die Klingeln! Ja super, läuft doch! So just do it! Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther. Ich begrüße euch recht herzlich im Altenheim. Wir spielen jetzt eine Runde Pink Panther sagt und ich erkläre die Regeln. Pink Panther sagt, es ist ein Befehl. Der Folgebefehl sollte im gleichen Atemzug gesagt werden. Grundstellung ist stehend und mich anschauend. Und wird nur durch den Befehl, Pink Panther sagt, entweder ganz oder teilweise aufgehoben. Jede Bewegung außerhalb meines Befehles ist tödlich. So, wir treffen uns hinten auf dem großen Platz. Also nicht da, wo die ganz vielen Büsche sind und so weiter. Ich kann doch nicht schießen. Sondern hinten auf dem, wo das Labor ist und so weiter. Da hinten ist, aber ich schieße jetzt mal. Warte mal, ich muss erst selber da hin. Was? Jetzt habe ich getroffen. Aber jetzt habe ich geschossen hier auch, ne? Seht ihr das? Hier müsst ihr hinlaufen. Und dann steht, stellt euch bitte auf das Wait, auf das Wait stellen. Richtig. Noch jemand auf dem Weg? Möchte noch jemand? Da war noch jemand? Das geht aber schnell. Ich habe es aber gesehen. Ich habe es gesehen. Natürlich geht es. Er hat die Regeln erklärt. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Er sagt, wenn man Pink Panther sagt und dann muss es machen. Ja, aber ich dachte, wir stellen uns erst auf. Und dann geht es. Nee, 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 nee. Nicht ohne den Buffet. Das ist ja schon der Joke am Anfang jedes Mal. So, Pink Panther sagt, kommt jetzt zu mir. Da, wo die Leichen liegen, da könnt ihr hinlaufen. Kannst du doch mal schießen, bitte? Pink Panther sagt, stellt euch mir gegenüber an die Wand. An die schwarze Torwand. Tore. Steffen, zumindest bin ich nicht mehr letzter. Joa, das geht auch nicht mehr. Oha, wie viele sind es denn noch? Okay, ein paar sind es noch. Halt, ich komme auch noch. Oh, hallo Max. So, noch jemand nicht hier? Okay, dann sind ja alle da. So, hinhocken. Pink Panther sagt, hinhocken. Pink Panther sagt, bleib hocken und dreh dich um 180 Grad nach rechts von dir aus gesehen. Okay. In Mathe nicht aufgepasst? Eine komplette Drehung sind 360 Grad, Hase. Fail. So, nachladen. Pink Panther sagt, nachladen. Oh, das war knapp. Das war knapp. Sehr knapp. Okay. Folgt mir. Pink Panther sagt, folgt mir. Es könnte sein, dass ich eine S-Mine verliere. Aber ich bin mir nicht sicher. Pssst, nicht sagen, dass ich hier stehe. Ist ja voll verraten. Okay, weiter folgen, ne? Ihr wisst Bescheid. Und stehen bleiben. Oh, da war einer. Er hat gezuckt. Er hat gezuckt. Ich hab's gesehen. Hab's gesehen. Wer runterfällt, ist tot. Ja. Ja. Jungs, dann geh doch vor. Okay. Weg. Achso, ja genau. Wir wollen mal folgen, ne? So, alle aufs rote Auto. Keiner? Pink Panther sagt, alle aufs rote Auto. Das überhaupt? Ich hab ein Standbild. Ich glaub, das geht nicht. Das geht nicht? Ich hab ein Standbild. Das kannst du nicht drauf. Kommt dann immer rein. Black Devil ist Time Out, glaub ich. Okay, Pink Panther sagt, geht mal bitte alle da unter den gelben Torbogen. Ach, jetzt. Ne, ich hab schon wieder eins. Ach, geht. Geht ja. Oh, da hast du jetzt klackhaft. Das war klar. Die S-Mine war schon in der Hand. Okay. So. Pink Panther sagt, einmal springen. Pink Panther sagt, zweimal springen. Dreimal springen. Hier fällt auch nichts mehr rein, ey. So, folgt mir. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh, Pink Panther sagt, stell dich bitte da hin. Pink Panther sagt, zielt alle auf seinen Kopf. Also, vom Steffen. Ne? Ja. Ein Schuss. Oh, das war knapp. Zwei Schüsse. Pink Panther sagt, ein Schuss. Oh, das ging aber schnell. So, Pink Panther sagt, kommt zu mir. Okay. Irgendwann sagt, stehen bleiben. Seid doch schön durcheinander. Okay. Jetzt geht's los. Achtung. Such dir einen Partner. Fuck. Weiter. Weiter. Achtung. Nein. 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 Okay. Ich hab's nicht ganz genau gesehen. Ich hab das Glück gehabt. Okay. So, jetzt haben wir eine ungerade Zahl. Such dir einen Partner. Ah. 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 Da war es. Bin ich verheißen. So da drauf. Okay. So. Folgt mir. Pink Panther sagt, folgt mir. Alter. Ist die Konzentration gerade extrem. Ja, da musst du schon wach sein, das könnte sonst schief gehen. Ja, ich hätte am Anfang wach sein müssen, dann wäre ich gestorben als erster, wie so blöd für das erste Mal das Spielformat. Ich muss erst mal eine mentale Pause von der ganzen Scheiße nehmen. Das Schlimme ist ja, wenn du das Ganze schon ewig lange guckst und dann mitspielst und denkst irgendwie so, ach easy, kenn ich doch alles. Und dann auf einmal merkst du, oh scheiße. Ja, ich bin halt auch bei dir gespawnt, das war das Problem. Ist mir selbst passiert, als ich bei Monte mitgemacht habe, wo ich gedacht habe, hey, ich war der dritte, der tot war. Das war schon arg peinlich, ich wollte kurz im Erdboden versinken, zweimal sterben und wieder auferstehen. So, ich habe hier eine Abschussserie. Lauf! Oh nein! Ich habe mich gerade auf der Seine hingelegt und das hat mich aus dem Konzept gebracht. So, jetzt seid ihr drei Leute. Sucht ihr einen Partner? Oh, 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 oh. Jiii. Das hat jetzt gerade gezickelt, ey. Pink Panther sagt. Genau. Pink Panther sagt. Dreh dich um 180 Grad. Okay. Wie machen wir das jetzt? Wir haben doch nicht nachgeladen. Wir haben doch nicht nachgeladen? Nachladen? Bist du gerade rübergegangen? Hast du gerade? Bist du gerade wirklich zwei Schritte nach rechts gegangen? Links. Hast du das? Irgendwann sagt, such dir einen Partner. Ist du mir leid. Boah, Pinkballer sagt, stell dich drüben an die Wand, da hinten an die schwarze. Fang. Fang. Okay. So, Pinkballer sagt, folgt mir. Ich wollte schon Messern. Ich wollte schon Messern. Hat er echt Glück gehabt, Alter. Hat er echt Glück gehabt. Pinkballer sagt, zielt auf den Black Devil. Bin ich jetzt doof, Jungs. Ein Schuss. Ich danke euch. Pinkballer sagt, einen halben Schuss. Hä? Ist aufgerundet. Ich bin richtig, Tino. Ich bin richtig tof für dich gewesen. Oh. Oh, Tino. Oh. Scheiße. Scheiße. Das war neu. Das war neu. Das war gut. Fünf von deinen Ikumo, Freunde, Alter. So. Pinkballer sagt, stellt euch da an die Wand. Das war wie damals, Pinkpanner sagt, immer furzen. So, Pinkpanner sagt, derjenige, der meint, dass in meiner Kiste, die ich jetzt gleich hole, die Vorräte, dass da etwas drin ist, was dir... Er war als erstes da, du darfst dich wieder hinten hinstellen. Oh, ich hoffe, da ist eine Drohne drin. Oder wir können es auch so machen. Genau, Pinkpanner sagt, Lein, du stellst dich da drüben an die Wand. Ich stelle mich jetzt genau in die Mitte von euch. Dürfte ungefähr sein. Warte, wir messen mal. Ja. Ja, passt. Also, Pinkpanner sagt, der Erste, der hier ist und dann halt die Vorräte kriegt, darf sie gegen seinen Gegner einsetzen. Ist da aber etwas drin, was dir nicht hilft, dann hast du die Arschkarte. Von daher dürft ihr euch jetzt entscheiden und dann zu den Vorräten gehen. Keiner? Dann nehme ich sie. Okay. Von daher... Pinkpanner sagt, messert euch! Uuuuuh! Nein! Pinkpanner sagt, stell ich ihn an die schwarze Wand. Das ist jetzt die volle, volle Pracht meiner Stärke! So, Freunde, ich hoffe, es war wieder unterhaltsam und vergesst nicht, ein Däumchen und einen Kommentar zu schreiben, damit das Video eventuell ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt und nicht vergessen, Glockern machen, ganz wichtig, damit ihr mitbekommt, wenn ein Video hochgeladen wird. Schaut abends mal um 19 Uhr im Livestream vorbei, Sonntagabend, 19 Uhr, da machen wir nämlich solche Faxen und dann kriegen wir vielleicht halt auch die Lobby komplett voll. Das liegt an euch, ihr müsst mitmachen. Bis dahin, haut's da rein, ciao! Tschüss! Ich bin schon wieder richtig im Modus. Ich bin das zweites gestorben. Ich bin so gebrochen, können wir bitte noch eine Runde machen, einfach damit ich was machen kann. Ich bin so gebrochen. Ich bin so gebrochen. Ich bin so gebrochen. So baby came